moin leute was geht willkommen zu einem neuen video heute geht es ja um ich sag mal meine aber auch eure erwartung an das dlc ich habe erst sagt ich mache ein video über den grafikvergleich aber das sind alles sachen die aktuell spekulativ sind und da das dlc ja schon am zeitpunkt dieser aufnahme drei tage später rauskommt sogar zwei tage wieder rauskommt reden wir mal über unsere erwartung das was ich mir so ein bisschen wünsche und ihr könnt sehr sehr gerne die kommentare tippen was ihr euch so wünscht bevor wir mit dem ganzen starten möchte einmal vielen vielen dank an eure ganzen kommentare sagen ich hatte den beitrag jetzt am samstag am 9 9 gemacht da meine hochzeit da war und es kamen sehr sehr viele kommentare auf beiden youtube kanälen vielen vielen dank für eure glückwünsche leute war ein wunderschöner tag ich kann natürlich ich werde auf alle kommentare antworten aber dauert ein bisschen weil es sind insgesamt bei den kanälen über 100 glückwünsche da ist dauert ein bisschen deswegen vielen vielen dank für eure wünsche hat mich sehr gefreut das alles zu lesen und ja starte mal ins video leute also wir haben ja mittlerweile sehr sehr viele trailer bekommen wir haben trailer bekommen die noch mal ein bisschen rückwirkend uns aus dem ja zum ersten also zum aktuellen hauptspiel was sagen da gab es hier so das glaube ich war glaube ich der hier den gab es glaube ich leider nur japanisch ein zweiter trailer nee okay es gibt einen trailer wo nochmal so die ganze so ein rückblick auf das erst auf das hauptspiel von kamen sind purpur gewirfen wird schaut euch den sehr gerne mal rein ich verlinke ihn unten der beschreibung sehr schöner trailer besonders auf der musik wunderschön so jetzt wissen wir das erste dlc was kommen wird ist ja jetzt die türkis grüne maske wo es ja um eitel ogapon geht wir bekommen sagen wir mal etwas japanische story wir wissen ja zum beispiel dass es das gebiete gibt die sehr traditionell japanisch angehaucht sind also die kitagami region und ja was meine erwartung leute ich erwarte gar nicht so extrem viel weil wir immer noch von dem pokémon dlc reden ja wir haben ja prinzip als vergleichswerte nur das erste dlc und das zweite dlc von schwert und schild das war ja so was ja so gesehen die ersten richtigen dlcs waren für pokémon und die waren relativ ja ich sag mal das erste dlc waren nicht so extrem gut ausgestattet ja wir hatten prinzip damals takuma wir konnten dann zwischen vola usu eins und zwei entscheiden also ihr wasser oder auch die kampversion und haben dann ein bisschen story gehabt es gab ein bisschen was zu sammeln das war dieses dojo zum ausbauen aber ich finde ob man das als referenz werden nehmen kann ist schwer weil ich meine erstmals schon ein paar jahre her ich glaube mittlerweile fast drei jahre drei jahre oder und dann waren es die ersten dlcs ja sie werden über die jahre ein bisschen was gelernt haben und ich finde dass das erste dlc von kamen sind im purpur schon besser aussieht wir wissen ja und das sind jetzt keine leaks weil das sind alles sachen die ich jetzt eingehe die auf trailern basieren ich werde jetzt keine leaks mit reinhauen wir wissen es gibt eine story die nach der story spielt also nach der hauptsache von kamen sind im purpur geht die story weiter wir wissen dass wir die neue region kommen dass es ein schulausflug sein wird wir werden charaktere von dem von der blaubeeren akademie treffen unter anderem zum beispiel sie mit ihrem bruder jo die auch dann im zweiten dlc wichtig sind wir wissen wir haben diese drei beschützer die drei auf der tafel hier sind und wir wissen dass wir im endeffekt ogapon als vermeintlichen gegenspieler haben ja obwohl das so eine frage ist ob ogapon wirklich der gegenspieler ist aber das müssen wir halt mal gucken so dann wissen wir wir haben neue regionen wir haben neue pokémon ist nicht ganz so wie ich es damals gedacht habe es hieß ja es gab und das ist jetzt auch kein spoiler es hieß ja es gab 100 130 pokémon die in dem ersten pokédex sind ich glaube ungefähr so im dreh war das wir wissen aber durch trailern dass auch halt alte pokémon wieder rumlaufen also nehmen wir mal als beispiel ich glaube damierplex gibt es ja aktuell auch schon oder pikachu zum beispiel also es gibt in der region auch nicht nur neue pokémon also neue alte pokémon und neue neue pokémon sondern es gibt auch pokémon der region die es halt bereits schon in karmicin und purpur schon gab also das heißt ihr werdet in den regionen jetzt nicht nur neue entdeckungen machen das meine ich damit so dann wissen wir es wird diesen foto modus geben der finde ich so ein bisschen aussieht wie eine art safari zone so eine richtung ja man muss pokémon irgendwie finden fotografieren das haben wir auch schon gesehen dann wissen wir dass man im endeffekt den neuen spielmodus da bekommt wo man mochi sammeln kann wo man im endeffekt ja so eine art zwiespalt ehrlich zwiespalt so eine mischung aus wie sagen jetzt mal protein und kalzium und beeren so eine mischung es gibt mochis die werte resetten es gibt mochis die geben werte dazu wird wahrscheinlich so eine neue art von ja farming möglichkeiten geben so im großen und ganzen wissen aber nicht viel mehr wir wissen nicht viel mehr über das ganze das sind eigentlich so die graben infos die wir haben und halt ein paar neue pokémon wie halt zum beispiel klar hier mordscher wir wissen ogre porn wir wissen die drei beschützer also diese ganzen pokémon kommen ja auch im ersten dlc mit dazu gesagt ich mache jetzt hier keine spoiler über weitere sachen so meine erwartung was ist meine erwartung als dlc also ich wünsche mir dass das dlc in einer neuen region spielt also was meine ich damit ich meine ich wünsche mir dass man nicht frei rüber laufen kann sondern eher so wie zone null wo man ja im endeffekt ganz kurz mini lade screen anführungszeichen bekommt der dafür überdient dass es eine abgeschlossene ein abgeschlossenes gebietes was meine ich damit ist wenn das gebiet durch einen kleinen lade screen verbunden ist heißt es dass es eine eigenständige welt ist heißt es performance mäßig wahrscheinlich wesentlich besser als das hauptspiel ist weil es halt neu lädt und ein eigenes gebiet ist wenn es komplett mit der offenen welt vom kam es in popo verbunden kann es in popo verbunden das weiß ich nicht ob das vom technischen her dann viel besser wird wisst du was ich meine wenn ich glaube wenn es eigenständig ist dann läuft es wahrscheinlich wesentlich flüssiger das würde ich mir wünschen dann nehme ich auch gerne einen kleinen ladescreen durch einen tunnel durchläuft um das neue gebiet zu kommen oder so gerne in kauf bin ich ganz ehrlich das war schon mal ein punkt weil ich finde es immer noch ein bisschen man ich meine ich finde es nicht so schlimm aber ich finde es teilweise ein bisschen anstrengend wenn in hier im hauptspiel es regnet und man halt wirklich die fps runter droppen sieht wie man halt läuft gerade bei regen finde ich sehr schlimm aber das wäre eine sage ich wünschen würde dann würde ich wünschen dass die story zumindest eine coole wendung hat also ich glaube jetzt ich hoffe jetzt ich glaube besser gesagt nicht dass das jetzt eine 20 stunden story weil das hauptspiel hat ja kaum 20 stunden aber ich würde mir eine coole story wünschen vielleicht mit dingen wo man am ende denkt okay krass hätte ich jetzt nicht gedacht fand ich auch ganz ehrlich in der kam es in popo story ich mag doch dazu keine spoiler für die die es noch nicht gespielt haben aber da war ich am ende bei eins der situation so erst okay hätte ich hätte nicht gedacht ja und das würde ich mir da auch wünschen eine ganz coole story dann würde ich mir wünschen dass es halt viel zu tun gibt also in form von ich sage jetzt mal als beispiel mit den drei geistern ich würde mir nicht wünschen dass wir die drei geister einfach in der story geschenkt bekommen sondern ich würde mir wünschen die sind vielleicht irgendwie in einem kleinen tempel vielleicht mit einem rätsel wisst ihr früher so ein bisschen wie reggie ice reggie steel reggie rock sowas in der richtung dass man irgendwas tun muss um die zu bekommen würde ich mir wünschen dass vielleicht das mochi spiel auch nicht nur monoton ist heißt also nicht nur mach die ballons kaputt und bring die ballons nach hause sondern weil so doof wie es klingt aber das macht man 30 mal und dann wird das irgendwann monoton wenn du immer und immer wieder monoton das gleiche tust dann macht vielleicht abwechslung vielleicht verschiedene bahnen verschiedene vielleicht gibt es mal hindernisse mittendrin vielleicht gewisse ereignisse so ein bisschen vielfalt würde ich mir wünschen ja der foto modus ich würde mir wirklich wünschen dass es in richtung safari zone geht dass man sagt okay man kann da gewisse pokémon entdecken die man halt nur da entdecken kann da wissen ich nehme jetzt mal als als beispiel wäre ich nur als beispiel barschwar zum beispiel gibt es im dlc wissen wir ja und barschwar wird man nur in diesem in dieser region bekommen dass dieser modus auch ein bisschen also dass man ein foto von macht am ende kann man gegen das pokémon auch so gesehen kämpfen und es fangen dass dieses dass dieses neue gebiet auch ein bisschen widerspiel wert hat vielleicht auch eine neue art von shiny hunting dann weil man ja barschwar nur da bekommen kann und man hat auch eine chance von x bei diesem fotos machen auch in shiny zu finden auch vielleicht ganz cool das wäre sowas neues was wir aktuell noch gar nicht haben und vielleicht für einige hunter interessant sein könnte sowas wünsche ich mir zum beispiel also ist ich meine dass das spiel jetzt nicht das game umwerfen wird wissen wir nicht also falls jetzt nicht irgendwie sagen sie hauen doch noch mal einen finalen trailer raus wo wir wissen es kommt eine neue terra kristallisierung weil der 19. terratyp kommt ja erst im zweiten dlc aber kommt vorher noch was wissen wir derzeit nicht also es gibt jetzt nichts was so das endgame verändert außer pvp klar weil pvp wird natürlich durch die ganzen neuen pokémon ich glaube wohl nona bei einem dürre team zum beispiel und so ein paar pokémon werden das pvp umändern aber ich glaube für den pve spieler also der hauptsächlich auf raids geht werden nur ein zwei pokémon interessant werden wahrscheinlich die legis ogapon wird in raids bestimmt gut sein aber so ändert sich ja nicht viel ich meine event mäßig wissen es wird so eine art neues massenausbruch event geben mit pixie wird das erste also pipi und pixie er wird das erste sein neue titanen kommen vielleicht wissen wir aktuell ja noch nicht ganz ich hoffe halt nur dass noch irgendwas kommt wie gesagt vielleicht eine finale neue terraform für gewisse pokémon wie damals giga dynamax zu dynamax ja auch im ersten dlc kampf vielleicht kommt ja sowas noch wie gesagt ist noch alles möglich ich denke immer noch dass wir wahrscheinlich am 12 9 also wir wissen das wäre jetzt wieder so gesehen eine spekulation aber laut einigen leuten soll in dieser woche jetzt noch eine pokémon eine nintendo direct kommen also nicht rein auf pokémon aber eine nintendo direct kommen und wenn die natürlich am 12 kommen würde wäre das das perfekte oder auch am 13 theoretisch noch das perfekte die effekte möglichkeit um das für das dlc werbung zu machen mit einem finalen trailer weil wir wissen normalerweise bekommen auch bei pokémon spiele und dlc ist oft einen finalen trailer also ein letzter trailer form release und der fehlt aktuell noch so ich kann es sein dass ja heute laufe des videos upload tages hier jetzt noch online geht da wird es noch ein neues video dazu geben aber es kann rein theoretisch noch was kommen deswegen wir warten mal schreibt mal eure meinung die kommentare was wünscht ihr euch zum dlc wie glaubt ihr wird es ablaufen würde mich mal mega interessieren sage ich euch noch einen schönen tag und wir sehen uns bis zum nächsten mal und ciao danke fürs zusehen von schario schreibt deine meinung in der kommentar sektion brauchst du news oder tipps zu deinem lieblings game dann hoffe ich dass wir uns bald wiedersehen